Fass... Fass mir nicht an! Fass mir nicht an! Oh, wie laut! Oh! Oh! Man hat keine Zeit! Man hat zu wenig Zeit! Man hat zu wenig Zeit! Man hat zu wenig Zeit! Poppy Playtime Kapitel 2 Ihr wollt, dass ich irgendwas so sag einfach, gell? Ich weiß... Irgendwie so mein Senf jetzt dazu geht Was sagt der Kyo dazu? Was ist seine Meinung? Ich will jetzt einfach spielen! Ich will nicht reden, ich will jetzt einfach spielen und gucken was passiert Der Soundtrick! Der wunderschöne Soundtrick! Den ich, by the way, auch in meiner Playlist hab Ich sage noch gar nichts Wach auf! Das war Poppy! Poppy hat gesagt, wach auf! Werbung! Wie cool! Das ist doch hier Mumilex! Die neue! Wie cool! Leute, ich weiß gar nichts noch! Aber die haben mich schon mal richtig nice! Das ist echte Werbung halt einfach! Und sie ist elastisch! Wake Up! Schon wieder! Wach auf! So ganz creepy! Wenn du Spaß hast, hat sie auch Spaß! Wach auf! Jetzt hat sie Wake Up gesagt! Geil! Die konnten die das so cool machen, dieses Intro! Wach auf! Ich bin drin! Poppy! Ich bin drin! Wake Up! Ich bin schon wach! Boah, ich bin zu drin! Kapitel 2! Poppy! Poppy Playtime! Leute, ich muss runterkommen! Oh, ich bin zu drin grad! Bruder Chill! Es ist nur ein Spiel! Es geht direkt los! Und zwar genau, wo wir aufgehört haben! Genau da, wo wir aufgehört haben! Genau da, wo wir aufgehört haben! Sinosaurier, wie geht's dir? Dieser Weg! Oh! Blut! Okay! Schon mal nice! Braucht jemand eine Umarmung? Lass mich hier erstmal alles wegmachen! Okay! Okay! Auch wegmachen! Wegmachen! Okay! Und jetzt hier rein! Was ist das? Ich hab irgendwas... Ich hab jetzt... Ich hab was... Einen Schlüssel! Gehen wir mal zurück! Und jetzt kann ich wahrscheinlich hier rein! Ja! Hagi? Haxon! Ich hab wieder was eingesammelt! What?! Was geht hier noch? Was ist das? Kann man da rein? Ich glaub nicht! Hä? Ah! Oh! Hier kann man rein! Danke für den Hinweis! Alles ist dunkel! Das erinnert mich sehr, sehr an... Hagi-Sohn! 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 Ach, Hagi-Sohn! What the?! Haxon! Poppy! Süße! Was machst du hier? Power? Kann ich klären! Poppy! Okay! Wir brauchen das anfassen! Dann! Nein, nein, nein! Wir müssen einmal... Nein, nein! Lass mich... Lass mich so machen! Nein, nicht so! Ja, okay! Probier's so! Nee! Klappt das? Okay! Zack! Und dann... Geht das nicht? Doch! Geschafft! Haben wir jetzt was aktiviert? Kein Problem! Danke, dass ich sie freigelassen habe! Sie war schon sehr, sehr lange dort gefangen! Bitteschön! Kein Problem! Ja, meine Süße! Sie möchte mir das zurückzahlen! Da ist eine Trainstation nahe! Sie braucht einen Code! Und ich habe ihn! Dann werde ich rauskommen! Für eine... Also, wenn ich hier hoch kann, dann kann sie mir diesen Code geben für irgendeine Zugstation? Aber wie komme ich hier hoch, Süße? Warte auf mich! Ja, aber wie soll ich denn da hoch? Ah! Leiter! Leiter gegrappt! Okay, jetzt die Leiter hier hin machen irgendwie? Aufheben? Kann man die Leiter aufheben? Nein? Komm schon! Oh, ich bin so lost! Ah! Hier kann ich trotzdem hoch! Oder? Geh hoch! Ah, hier! Okay! Okay! Nochmal! Hopp! So hat das nicht geklappt? Mach mal deine Hand da weg! Okay! Geh doch mal rein! So! Hey! Ja! Wo soll ich hin? Ich kann dich durch die Fenster folgen! Diesen Weg! Okay! Wie komme ich da jetzt hoch? Wahrscheinlich mit dem Ding hier! Schieb! Schieb! Kann ich schieben? Schieb! Mein Charakter, der ja wahrscheinlich ein Mensch ist, der kommt mir auch so ein bisschen wie so ein Roboter vor durch diese Arme! Wisst ihr, so... Er erinnert mich auch ein bisschen an Spielzeug, der Protagonist, über den wir nichts wissen! Komm ich hier rein oder nicht? Mein Bestfriend! Wie süß! Shit! Ich komme nicht hoch! Ah! Einmal Duck oder einmal Duck! Und dann muss es aufladen! Mhhh! 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 Schreibt mir die Kommentare, vor was das Geräusch ist! Mhhh! Mhhh! Von welchem Spiel! Mhhh! Mhhh! Sehr gut! Ich krieg das schon ganz gut hin! Ich höre Geräusche! Mhhh! Mhhh! Nicht vergessen, es ist ein Horrorspiel! Also es wird noch irgendwas passieren, wo der gute Mann hier schreiben wird! Mhhh! 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 Poppy! Mhhh! 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 Sie hat gesagt, sie hat gesagt, ich soll ihr vertrauen! Und dann war sie weg! Weil... Mhhh! 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 dieses blaue ding hier stoppt das oder wenn wir so nein super toll klapp ich hab's dann einmal Leute wir sind so nah ah und dann den hier oh mein Gott wie kompliziert das war das war crazy aber diese Erfindung haben die geil gemacht also schon so cool diese Art von Rätsel mit diesen Armen und so irgendwas hab ich aufgemacht oh es geht weiter es geht los jetzt geht's los Freunde jetzt geht's los ich fühle etwas rote Hand wollen die mit der Kraft der roten Hand what nein jetzt kommt sie ja da bist du ja Mami Lux gib mir Poppy wieder gib mir Poppy gib mir die Faust gib mir den also sie wollte mir den Code geben zum flüchten also Poppy ist auf jeden Fall nett vielleicht aber ich traue ihr trotzdem nicht ganz muss ich sagen wie die alten Zeiten okay ich muss gewinnen ich muss Spiel gewinnen dann kriege ich den Code zum Abhauen ich will nicht abhauen ich will sie retten weg ist sie sie ist auf jeden Fall psychisch nicht mehr ganz am Start okay aber wir können weiter und ich hab nur noch einen Arm ich fühl mich wie Luke Skywalker seht ihr Blut das sind Menschen das sind Menschen keine Ahnung vielleicht vielleicht auch nicht aber es ist auf jeden Fall echtes Blut und ich muss ein bisschen heller machen Leute es ist zu dunkel aber man kann es irgendwie nicht speichern guck das geht nicht ich kann es nicht speichern irgendwie wie kann ich gibt es hier so einen Speicherknopf so okay so Bestätigung hat es geklappt ne ist wieder zurückgesprungen scheiß drauf dann ist das dunkel oh es wird hell so wir sind jetzt hier und hier muss ich irgendwelche oh das ist schon richtig nice aber Leute ist sowas von Five Nights at Freddy's Wipes aber richtig hier brauche ich einen grünen Arm ich habe keinen grünen Arm so was soll ich hier machen erstmal diesen roten Schalter betätigen Hallo Stella okay irgendwelche süßen Spiele ja irgendwo ist Mommy Legs Treppen runter aber welche Treppen wo ist Mommy Legs okay irgendwas geht los aber was aha keine Ahnung ich gehe mal hier rein kann ich hier rein ne hier brauche ich einen grünen Arm hier geht es runter ja hier geht es runter oh mein Gott Blut und hier ist ein halber Eingang Leute es wird creepy nice so kill creepy kill creepy kill creepy kill creepy kill creepy einmal zusammen hop hop yo ich wette da kommt jetzt ein Viech Schalter betätigen gerne kriege ich ein bisschen Licht dankeschön so jetzt muss ich hier eins zwei oder drei spielen ich klatsche mal hier drauf bomb aber was jetzt was fühlt sich hier noch ein Knopf ich aktiviere einfach mal alles habe ich das schon ah ich muss das Ding reparieren kann ich das mit deiner Hand reparieren ja okay so jetzt geht es hier weiter und dann wird es wahrscheinlich wieder irgendwo blockieren dann muss ich wieder irgendwas machen ja okay dreht sich jetzt muss ich das wahrscheinlich drücken ja ja okay und jetzt soll ich das Ding hier drücken hopp einmal hopp in den Chat denn wir haben lang keine langen hopp haben wir lang nicht mehr gemacht keine Tinte aber wo ist hier Tinte irgendwo liegt drin meist das Splinter rum ist hier Tinte drin ah hier ist aber auch Kassette kann ich nehmen ja lass mal Kassette erstmal angucken das Soundtrack ist einfach wirklich schön irgendwann werdet ihr dann das Soundtrack denken und das ist dann für euch Nostalgie weil das ist dann lange her und Kindheit hier gibt es ein paar Tipps das Ding ist ich brauche diese Tipps nicht das Soundtrack ist halt wirklich schön ich liebe diese Dings Anleitung ist so süß gemacht die Musik halt irgendwas achso oh okay ihr könnt ihr auf jeden Fall hier hoch lass mal schauen also ich brauche Tinte ich brauche irgendwo Tinte hier geht es hoch und ich brauche ihm ja noch Tinte Tinte reinschieben Tinte drin so jetzt haben wir Tinte okay das heißt jetzt können wir hier drauf drücken sollen wir drauf drücken zusammen jetzt habe ich den grünen Arm ist der grüne Arm länger? nein was anderes ist länger geht das wieder los was passiert denn hier? oh ich habe Energie aufgeladen geil habt ihr gesehen lass mal nochmal ah geht nicht ich hatte so Energie damit kannst du wahrscheinlich Gegner später so warm wegslappen bestimmt weil das hat ein bisschen gefehlt dass ich mich selber auch verteidigen kann ich kann bis jetzt nur rennen ich weiß wer kennt mein Geburtstag willkommen zu Musiker Memorie Musiker Memorie okay ich bin bereit ich krieg das hin ich hab lange geschlafen heute ich krieg das hin ich liebe diese Spiele das ist wie wo man bei Security Breach mit Freddy den operieren musste um so um so du 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 alsorio also Bonzo ist mein Feind Junge wie lang mein Arm ist alsoja warte ab was was ja dann komm ich bin bereit ich bin bereit oh ist es nicht großartig Da ist sie. Lass Poppy in Ruhe. Was soll ich machen jetzt? Okay. Okay. Gelb, grün, grün. Ein, und dann eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei, rot. Reicht, oder? Was? Runde zwei? Das war doch eh schon schwer. Rot. Rot, grün. Rot, grün, rot. Red, green, red, blue. Rot, grün, äh, äh. Red, green, red, blue, yellow. Rot, grün, äh, äh, äh. Red, green, red, blue, yellow. Violet. Wo ist hier... Das stimmt nicht. Ah, war ja da drin, dazu. War ich gut? Nein, noch eine Runde. Das war schon echt nicht einfach. Rot. Rot, orange. Wo ist hier orange? Orange. Rot, orange, weiß. Bruder, die übertreiben. Red, orange, white, white. Rot, orange, weiß. Bei Five Nights Freddy ist das leichter. Red, orange, white, white, violet. Rot, orange, weiß, weiß, violet. Red, orange, white, white, violet. Oh mein Gott. Rot, orange, weiß, weiß, violet. Und Rot. Bitte hör auf, ich kann nicht mehr. Oh, das ist doch schon schwer. Das ist doch schon so langsam. Nein, noch eine Runde. Blau. Blue, J. Die wollen mich verarschen? Blau, J. Wo ist hier ein Herz? Wollen die mich komplett verarschen? Blue, J, Hart, Yellow. Wollen die mich? Ich bin aber gut. Blue, J, Hart, Yellow. Blue, J, Hart, Yellow. Ich bin voll konzentriert gerade. Blue, J, Hart, Yellow, White. Was? Blue, J, Hart, Yellow und dann... Hi! Blue, J, Hart, Yellow, White. Smiley face. Blue, J, Hart, Yellow, P und Smiley face. What? Nein! Und der fünfte Übertreibkopf. Halt dein Maul! Ich mach' einen Scheiß! Oh, wie krank! Sau geil bis jetzt. Ich schwör's euch. Sau geil! Psycho... Psychopathie! 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 Ich hab' auch gut, oder? Ich hab' auch gut gemacht. Mama hat dich entschieden, dir einen Teil des Codes für den Tränen zu geben. Sie gibt mir jetzt ein bisschen was vom Codes. Danke. Das ist die Hälfte vom Codes, okay. Eins von drei. Dankeschön. Mama hat mir geholfen, dass das Spiel ein bisschen länger dauern könnte. Sie hat gerne länger mit mir gespielt. Aber es ist okay, aber es ist okay. Mama weiß andere Wäsche, es gibt andere Wege, mit mir zu spielen. Das hört sich ziemlich zweideutig an. War auch zweideutig. Aber sie meinte es nicht so, wie ich es meine. So, erst mal hier raus. Reicht für heute. Wow! Aha. Soll ich hier hoch? Kann ich hier überhaupt hoch? Ah, hier ist wieder so ein Ding. Okay, Power. Ich muss diesen Dino irgendwie loswerden. Nee. Nee, der fährt da nicht hin. Das war's. Wir müssen in die Richtung vielleicht. Oder? Nee, der fährt da auch nicht weiter, glaube ich. Nee. Und jetzt hier hoch. Leute, wir waren noch nie so weit in unserem Leben. Und jetzt... Okay. Schalter. Nee. Ah, Powerstation. Und jetzt gib ihm... Bam! Yes. Tschüss, Dino. Und jetzt muss ich den... Wahrscheinlich wegschieben. Okay, andere Richtung. Nein, es hält nicht mehr lang. Nein! Nein! Der Dino ist doch da. Aber das ist cool gemacht. Das muss ich schon sagen. Das ist auf jeden Fall nice gemacht. So. Okay. Bam! Runter. Grab Dino. Und jetzt hier lang. Und tschüss, Dino. Und jetzt kämen wir hier hoch. Cool. Wir sind weiter. Ich will jetzt einfach mal... Okay, können wir nicht. Wir sind hier lang. Kann man das benutzen? Nee. Ich find's cool, diesen Powerarm. Wie gesagt, ich wette, ich muss noch mit dem kämpfen. So Stromschläge verpassen. Einmal den hier. Und dann... Hier hoch. Geht nicht. Okay, ich brauch Power, damit ich hier hoch kann. Okay, jetzt. So. Und jetzt noch mehr Power. Aber jetzt muss ich gerne wieder runter, wenn ich darf. Ah! Wieder so kompliziert. Okay. Einmal... Einmal... Bam! Nein, das kommt zum Schluss. Steht auch zwei dran. Okay, einmal eins. Dann. Dann erstmal... Nochmal. Einmal eins. Ist auf jeden Fall so lang. Okay. Damit das Ding aktiviert ist. Dann einmal so eine Runde drehen. Und dann irgendwie versuchen, als... Aber wie? Geht nicht. Ich würde halt gerne wieder runter. Vielleicht... Äh... Äh... Okay. Das muss anders gehen. So. Dann so. Das Ding fährt halt automatisch hoch, obwohl ich es gar nicht möchte. Okay. Okay, ich hab's, glaube ich. Zack. Dann zack. Dann aber hier drauf drücken. Hier drauf drücken. Mach doch. Mach der nicht. Ich weiß es nicht. Ich komme hier nicht weiter. Ich muss hier irgendwie hoch. Aber ohne, dass das Ding hoch geht. Also ohne, dass das sich aktiviert. Ich brauche eine Leiter. Hey. Das ist eine Leiter. Okay. Wir nehmen den einfach mal mit. Jetzt können wir hier hoch. Oder sollten hier hoch. Oder? So. Okay. Bleib. 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 Genau so. Zack. Ja. Wir kommen zumindest hoch. Okay. Jetzt. Einmal Bam. Dann. Bam. Bam. Und. Tarts. Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Der Ball hat uns geholfen. Der Ball ist dein Freund, wie Tsubasa so schön sagte. Kennt ihr Tsubasa? Wow. Nebel. Heiliger. Okay. Einmal hier rein. Hier waren wir schon mal. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt habe ich den grünen Power-Button. Geil. Ich habe den grünen. Yes. Wie tonlos einfach die Tür aufging so. Hey, was geht? So, jetzt. Chuchu. Was soll ich machen? Ich kriege das erst raus, wenn ich die anderen Seiten habe. Ich muss hier noch ein bisschen abchillen. Hm. Hey, ich muss hier noch abchillen. Was können wir noch abchecken? Okay. Ich habe es großartig gemacht. Sie ist stolz auf mich. Aber ich bin sicher, sie ist stolz auf mich. Mami ist stolz auf mich. Okay, nächstes Spiel. Ich will eigentlich gar nicht mehr spielen. Was soll ich jetzt machen? Oh, nein. Fernseher. Das ist richtig wie bei Saw. Du bist so gefangen und dann fängt der Fernseher an, die Beschreibung vorzulesen. Vorzusagen. Weißt schon. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Okay, es geht um meine Reaktion. Mein Reaktionsvermögen. Also, hier sind überall Löcher. 18 Stück. Und ein süßer Huggi-Wuggi. Das heißt, ich muss zum Beispiel den machen. Tack, tack, tack. Dieses Haudin Lukas. Kennt ihr das? Warum man so einen komischen Namen hat. Haudin Lukas. Das ist ja an, wie man in der Schule gehauen wurde. Haudin. Okay, es geht los. Das kriegen wir hin, Leute. In solchen Spielen war ich immer gut. Oh. Ah, hier. Ah! Nein. 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 Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Nein. Ich werd das niemals hinkriegen. Es ist nicht vorbei. Ich steh auf. Nein. Ich will nicht. Ich trau mich nicht. Ich weiß jetzt, dass ich einen Jumpscare in mein Gesicht bekommen werde. die ganze Zeit. Deswegen trau ich mich nicht. Ich, ich... Naja. Ich muss heller machen, aber es geht irgendwie nicht. Lass es so. Hier gibt es keinen OK-Start... Enter-Button oder so. Sei doch still. Okay. Wo? Wo? Wo ist dieser grüne Hagiwagi? Grün. Hier. Ich seh die nicht richtig. Okay. Das ist wirklich nasty. Das ist sowas von nasty. Das hat richtig... Das hat Five Nights at Freddy's Wipes. Also könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Vor allem, dass die so halb rausgucken. Es ist halt so dunkel. Fuck. Fuck. Ich seh die nicht mal richtig. Es ist zu dunkel. Shit. Es reicht. Wie viele noch? Na, der hängt hier schon halb raus. Der auch. Ich seh nichts. Wo seid ihr denn? Ah! Mann! Das ist nicht fair! Ich seh ihn nicht! Ich, Mensch, kann anderen Menschen nicht sehen! Wie kann man das heller machen? Ich kann's nicht heller machen. Hier, mach das! Ich will's heller machen. Der lässt mich nicht. Lass mich so. Speicher. Enter. Wie speichere ich die Helligkeit? Es hat irgendwie wieder nicht gespeichert. Oh Gott! Man sieht halt gar nichts! Ich mach jetzt wieder Uhrzeigersinn. Hier oben, kleiner Bastard. Hier oben, kleiner... Eher kleiner Bastard. Hier oben, kleiner Bastard, glaub ich. Wo? Hier oben, kleiner Bastard. Hier oben, kleiner Bastard. Hier oben, kleiner... Ich suche aus dem Beißen, aber ich hab hier nichts. Es ist halt auch so dunkel. Ich will nicht rumheulen. Ich mochte das nie. Ich mag keine Ausreden erfinden. Ich hasse Ausreden. Ich mag's nicht. Sich selbst muss... Nein. Man muss durchziehen. Auch wenn es hart im Leben ist. Und auch wenn Hagi eigentlich... Ein ganz normaler Mensch ist. So wie wir. Wie du und ich. Der auch einfach nur Liebe möchte. Der will ja nichts anderes. Er will Liebe. Er möchte... Er ist auch ein Gesellschaftstier. Wisst ihr? Klar kann Hagi manchmal... Nicht so gut drauf sein und... Kein Bock auf alles. Aber Hagi ist auch nur ein Mensch. Wisst ihr? Ist auch nur ein Mensch wie du und ich. Und nur das Beste. Für dich. Für mich. Für Mamiko. Er will auch nur... Ganz normal gestreichelt werden. Und es wird immer mehr. Und ich komme gerade gar nicht hinterher. Meine Energie ist gleich leer. Ich versuche gerade so viel zu reimen, wie ich kann. Damit nicht noch mehr kommen keime. Leute, ich gebe gerade wirklich alles. Leute, ich gebe gerade einfach alles. Oh. Du hast es geschafft. Ja. 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 Oh. Ich gebe mir den Zettel. Gib. Ist Part 2 der letzte Part eigentlich? Oder wird es dann noch weitergehen von dem Spiel? Kapitel 2. Kann ich hier... Was ist das? Zettel. Okay. Der schafft das nicht. Doch. Ja. 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 Der hängt immer noch dran. Er hängt an mir. Gut. Ich habe hier Süßigkeiten gegeben anscheinend. Das hört sich an wie die Geräusche aus der Hölle. Oder wenn Mamiko Hunger hat. Ah? Ah ah. Falsch. Oh. Hey. Huggy. Oh nein. Das kenne ich. Huggy. Fass mich nicht an. Das ist nicht Huggy. Das ist Kissimissi. Wow. Wie geht's? Muss ich Angst vor dir haben? Muss ich Angst vor dir haben? Sie ist süß. Und sie ist nett. Ich trau dem Braten nicht. Das ist Kissimissi. Kissimissi. Dankeschön. Sie ist auf meiner Seite. Und weg ist sie. Natürlich ist sie weg. Wie entspannt sie gerade war. Das hat mich entspannt gerade. Kissimissi hat mich entspannt gerade. Gib mir Power Station. Gib mir noch mehr Power Station. Ah nein. Ich brauche Double Power Station. Äh. Schaffe ich das überhaupt? Ah nein. Das ist jetzt leer. Okay. Was ist das? Ah nein. Es ist gleich vorbei. Es ist gleich vorbei. Geh mal hier durch. Ohne Power Station. Hm. Okay. Nicht okay. Ich tue so als hätte ich... Hm. Okay. Gecheckt. Aber ich check gar nichts. Ich tue so... Ja. Okay. Aber ich check gar nichts. Immer diese Rätsel. Leute. Ich check einfach... Das Spiel checkt nicht, dass ich dumm bin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man wahrscheinlich hier durch muss. Bam. Hä? Was ist passiert? Okay. Bam. Bam. Kann ich mich hier wieder aufladen? Ja. Ah. Okay. Und dann kann ich... Bam. Das nennt sich auf gut Deutsch Energieübertragung. Das ist aus der Physik und nennt sich Energieübertragungsweiterleitungsmaschine. Beziehungsweise Maschinerie. Nein. Es hat nicht gereicht, die Energie. Okay. Die Energieübertragungsmaschinerei hat nicht gereicht. Scheiße. Ist alles zu. Ich bin gefangen. Was ist das jetzt? Ah. Kissi, Missi. Einmal aktivieren. Wer ist eigentlich Barry? Kommt der noch? Ah. Das ist der Bruder von Harry. Harry. Okay. Das Ding ist, ich hab Plan gerade. Wisst ihr? Ich mach halt irgendwas und irgendwie funktioniert. Das ist wie in der Schule. Wenn es dann doch irgendwie manchmal geklappt hat. In den weltlichen Fällen. Bam. Aber der hat nicht so viel Energie. Gib mir! Nein! Nein! Das klatschen wir dahin. Okay. Den lassen wir einfach da. Dann kratzen wir uns das da. Klatschen das dahin. Und das dahin. Und Barry ist Larry. Schnell weg. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Muss ich jetzt ganze Spielzeuge verbrennen? Ich hoffe nicht. Doch, sie werden jetzt verbrannt. Und tschüss. Okay, auch nicht. Okay. Okay. Ausgang auf jeden Fall. Am Start. Und wir hinterher. Hopp! Einmal hopp! Es gibt Schicksale, die schlimmer sind als... Ich bin gestorben? Ich glaube, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Also, ich bin wirklich offiziell dumm. Ich bin... Ich... Aber hä? Aber... Aber wo soll ich sonst hin? Ach so! Ich versuch... Ja, ich sag doch, ich bin dumm. Hier, du bist dumm. Hier, du bist dumm. Ich soll nicht hier runter. Wie so ein dumm Kopf. Hier ist hier lang. Ich bin einfach geradeaus durch. Wie lost kann ein Mensch sein? Wie lost! Richtiger... Richtiger lost. Aber hier muss ich runter, oder? Ja. So, wir sind sehr, sehr viel weiter, Freunde. Jetzt kommt das letzte Spiel. Letztes Spiel, glaube ich mal, letztes Spiel, oder? Mir fehlt aber noch so ein End-Boss-Fight, muss ich sagen. So ein richtiger End-Boss-Fight. Game, stay on. So, letztes Ding muss ich aktivieren. Zusammen, Freunde. Ich werde gelobt, als ob mir das irgendwas bringt. Erstmal draufdrücken. Willst du mit Peter spielen? Er ist süß. Was hat er gesagt überhaupt, Jogi? Nochmal, komm. Chatterriller oder Bug? Stell dir vor, wie das gesprochen wurde. Wie so... Wisst ihr, so... Wer hat das eingesprochen? So, so... Auf, Freunde. Warum ist das Leben nur so kaputt im Kopf? Äh. Äh. Was will denn das Spiel wieder von mir, hä? Hä, was willst du denn von mir? Äh, äh. Äh. So. Eins. Eins. Dann, klack. 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 Und... Bam! Ja, ich habe aktiviert. Was willst du jetzt? Äh, kann ich jetzt weiter? Bin ich jetzt weiter? War ich hier schon? Hier war ich doch schon. Hey. Ich höre Geräusche. Ich habe Angst, rauszugehen. Wieso ist das Playstation-Logo gerade ein bisschen? Willkommen zu Statuen. Okay. Nächstes Spiel. Du musst rennen. Ausdauer und Stärke wird getestet. Die Regeln sind einfach. Die Lichter werden aufgerufen. Du kannst durch die Obstacle-Kurse in diesem Zeitraum gehen. Ach, das ist rotes Licht, grünes Licht. Ich glaube, das ist cool. Oh, nein! Natürlich folgt er mir. Er wird dir folgen. Er sagt, das ist so nett. We'll follow you. So voll nett. Oh, da ist er! Oh! Ich will mit dir nichts zu tun haben. Hey! Oh Gott. Oh Gott. Es wird eklig. Ich spüre Ekelhaftigkeit. Mach auf! Mach auf! Rede nicht! Bitte! Aber sie ist der Endboss, oder was? Also sie fühlt sich. Sie gibt mir die Aufgaben. Sie ist der Jigsaw. Mach auf! Bitte. Okay, wenn das Licht... Wenn es dunkel ist, darf... Ich checke es. Checkt ihr es? Wenn es dunkel ist, darf ich... Darf ich rennen. Wenn es hell ist, nicht. Fuck. Wie geht es weiter? Oh Gott! Da ist er! Oh! Oh Gott, er ist so schnell! Hilf doch! Oh mein Gott. Aber wo soll ich denn hin? Schnell! Hüpf! Oh! Da ist er! Wo soll ich rein? Ich habe was gelesen. Hart, mittel und easy. Ich glaube, ich muss nach links. Oh! Ja, easy. Wir gehen natürlich easy. Lauf! Ist das eklig! Ah! Dreh dich nicht um, renn! Oh Gott, er ist genau hinter mir! Ich spüle doch auf meinem Arsch! Spüle doch so sehr auf dem Arsch! Ah, hier kann ich drauf. Oder? Oh Gott, es... Ich habe nichts falsch gemacht! Ich habe doch nichts. Ich will nicht von am... Das war nicht nett. Ah! Ah! Ich habe mich bewegt, glaube ich. Übertreib mal! Lass mich doch mal laufen, Mann! Wollt ihr mich komplett auseinandernehmen? Über... Über... Ich habe einfach einen Schritt! Oh! Verpiss dich! Bitte! Hey, wie soll ich hier hoch? Fuck! Hey, wie soll ich hier hoch? Kann ich hier überhaupt hoch? Soll ich hier überhaupt hoch? Ist das überhaupt da... Ist das der Ausgang? Oder da hinten? Ah! Ah! Ich werde tot! Ich werde tot! Ich werde hängen geblieben! Keine Ahnung, was hier abgeht! Scheiß-Drick! Ich glaube, hier alt ein Scheiß! Glaubt mir doch ein Scheiß! Ich erwarte jetzt echt einen End-Boss-Fight! Leute, ich habe echt genug in meinem Leben gelitten! Ich kann nicht mehr! Ich habe so viele Halsschmerzen! Dieses Spiel hat mir einfach... Irgendwann passt! Äh! Boah, die ist aggressiv! Die ist sauer! Die ist richtig sauer! Die ist richtig sauer! Höher! Höher! Okay! Hier geht es nicht rein! Noch höher! Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird! Ich habe einfach keine Ahnung! Okay, das... Ich kann das Ding wohl drehen! Ich kann nur nach links! Aha! Okay! Zu und zu! Miau, 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 miau! Buss! Ist irgendwie kaputt gegangen? Was soll ich machen? Soll ich die Dinger einsammeln? Okay, ich habe... Eingesammelt! Das heißt, wir gehen jetzt wieder weg! Wir wollen runter! Nein, ich brauche keine mehr! Okay! Wir sind weiter! Aktiviert! Wieder zurück! Ich glaube nicht, dass ich hier hin sollte! Doch, ich sollte hier hin! Ihr wisst, was kommt! Ihr wisst, was kommt! Ich kann mich locker vorstellen! Ihr wisst, was kommt! Ich erwarte einen aggressiven Huggy-Wuggy, der mir hinterher rennt! Oh mein Gott, nein! Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Oh Gott! Süße, lass dich in Ruhe! Ich bin auf deiner Seite! Es ist kalt! Halt! Wir spielen... Nein! Sieh, wir Verstecke spielen! Mach auf! Renn! Renn! Sieh, 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 sieh! Immerhin! Immerhin! Oh mein Gott! Viel Spaß, Bruder! Ich bin tot! Ich bin sowas von tot! Ihr wisst selber, ich tot bin! Ich bin sowas von tot! Ich bin sowas von RIP! 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 Habe ich mir schon gesagt, dass ich RIP bin? Ich bin RIP! RIP Jerome! Ich bin... Ich bin back! Ich bin RIP! Das war's! Ich komme nicht weiter! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Komm ich hier durch? Ja! Okay, trotzdem bin ich tot! Oh Gott, wie eklig es hier ist! Oh Gott, wie eklig es hier ist! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Habe ich euch schon gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe? Habe ich Zeitdruck oder nicht? Kommt jetzt oder nicht? Hey, das Ding bewegt sich! Das muss also weg! Medium! Medium schwer! Okay! Einmal aufmachen! Das hat gar nichts gebracht, dass ich die Dinger weggemacht habe! Oh nein! Das erinnert mich total an Teil 1! Ihr wisst genau warum! Ich habe Trophäe verpasst! Exit! Mach auf! Lass doch bitte mich raus! Da steht Exit! Ich muss da lang! Ich will da lang! Scheiß drauf! Oh nein! Diese ekelige... Oh wie eklig die auch noch aufgeht! Schalter! Vier Stück! Grün! Gibt es eine Reihenfolge? Rot, Gelb, Blau, Grün! Ah! Ich will es weiter! Ah! 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 Nein! Ah! Wo ist denn? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Ah! Ah! Bin ich tot! Ja! Ja! Ich bin tot! Ja! Ah! Ist dir eklig! Okay, nochmal! Was habe ich verkackt? Da war Spinnennetze, die ich wegmachen musste! Oh! Aber immerhin lächelt sie, wenn sie mich angreift! Das ist trotzdem noch nett! Aber ich muss sagen, Hagiwagi, in dieser ekeligen Form, Monsterform, ist cooler! Also schon cooler! Dieses psychopathische Szene, dieses psychopathische von Hagiwagi, da kommt Longy Leggy nicht ran! Ah ah! Das ist Huxon schon cool, auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Also Haggis erste Begegnung, Alter! Aber sie ist auch psychopathisch, man! Dieses Lachen! Schon crazy! Okay! Mach auf! Wieso? Scheiße! Hör dich ja! Ah! Ich muss da hoch! Ich muss da hoch! Ich muss da hoch! Okay, renn! Die Geräusche! Die klingeln richtig an meinem Arsch! Aber schon irgendwie heiß! Was? Ihr habt schon richtig gehört! So! Kommt ihr hier hoch? Nein! Wo ist sie jetzt hin? Also zurück kann ich nicht! Wo ist sie? Ey! Das ist goldene Zahnrad! Ah! Zahnrad aktiviert! Okay! Einmal aufladen! Bam! Aufmachen! Uh! Ah! Ah! Das Feuer ist so lang an! So lang! Okay! Entschuldigung! So sehr Hände wärmen! Zahnrad geklaut! Zahnrad geklaut! Zahnrad geklaut! Schnell raus! Was ist das für die andere Seite? Ist das für die andere Seite? Ist hier noch ein Zahnrad Slot? Nein! Zahnrad Station! Hier! Hier! Hebel! Hebel! Ich wette! Sie lässt mich nicht in Ruhe! Auf gar keinen Fall! Ja! Oh Gott! Fuck! Ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ja, ich bin tot! Freunde, war schön mit euch! Ich werde jetzt offiziell sterben! Ich muss an ihr vorbeisneaken! Wisst ihr? Ich hätte an ihr vorbeisneaken müssen! Diesmal aber! Das Spiel möchte, dass man rennt! Aber kein Problem! Ich habe unendliche Konditionen! Okay! Los! Einfach rennen! Einfach rennen! Nicht zurückschauen! Einfach rennen! Renn! Das war falsch! Das war falsch! Da sind Griffe! Ich muss ab! Ich muss nicht verstecken! Ja! Ich muss nicht verstecken! Ich muss nicht verstecken! Okay! Komm her! Brenn! Brenn! Okay! Frei! Oh! Okay! Ich halte es einfach zu! Wo ist sie? War das richtig? Sie ist weg! Ich glaube sie ist weg! Ich glaube sie ist weg! Kann ich sie wieder raus? Sie hat echt einen Schaden! Also sie hat ein Rad ab! Wie man so schön sagt! Was? Ah! Wo? Was? Ah! Das ist so ekelhaft ungerecht! Es ist nicht fair! Die Leute! Die wollen! Die haben das so gemacht! Das auch wenn du perfekt spielst! Die natzen dich weg! Okay! Immerhin nicht von Anfang! Bevor wir diesen dreckigen Schalter aktivieren! Ja! Gehen wir uns zurück! REN! REIN! WAH! FAUT! 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 WAH! 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 Nein! Nein, ihr lacht! Nein! Ihr lacht! Nein! Ich habe keine Zeit! Man hat so wenig Zeit! Man hat so viel Zeit! Dieses Spiel macht mein Leben kaputt. Dieses Spiel macht mich wirklich... Es macht mich kaputt. Okay, wir haben den Dreh... den Dreh raus. Und jetzt renn und halt's den Maul! Renn! Nein! Zeit still! Mit dir redet keiner. Hier rein, kein Problem. Mit dir redet keiner. Mit dir und dann irgendwie nach rechts schon mal bereit halten. Hier lang. Fuck, ich bin tot, weil ich... Oh! Oh! Das Spiel ist am Arsch! Ich geh mal rein! Nein! Geht nur noch! Wie lang denn noch? Oder? Ich bin tot. Ich bin tot. Natürlich bin ich tot. Renn! Hier lang! Und jetzt hier einmal hoch. Hüpf! Oh Gott, man hat keine Zeit! Hier lang! Hier ist ein Loch! Aktivieren! Ich will raus! Ich muss raus! Oh Gott, nein! Ich bin so dumm! Raus! Geh doch raus! Ah! Klack! So, sie wird jetzt hier kommen, aber es ist mir egal. Es ist mir egal, ich beobachte sie nicht. Oh mein Gott, ist die eklig. Und jetzt einfach raus! Zu! Was? 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 Magnet! Nein! Sie stirbt! Oh mein Gott, sie stirbt! Oh mein Gott, sie hat sich verheddert. Sie hat sich verheddert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist? Ihr müsst... Was ist das? Was ist das? Ich bin verstört. Ich will einfach nur raus. Ich will raus. Ich will raus. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Hopp! Bitte nichts mehr Lautes. Einfach chillen. Oh, wie entspannt gerade. Okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's bei dem Game. Wir nähern uns im Ende. Ich fühle es. Ich glaube, viel wird nicht mehr passieren. Was geht hier so ab? Geht hier überhaupt was ab? Einfach mal mitnehmen. Hey! Ich seh dich erst jetzt. Geht's dir gut? Wieso redet sie nicht mehr? Ah, doch. Gut. Ich werde den Train fahren. Wir müssen gehen. Oh, wir müssen... Ah, sie ist sehr, sehr komisch. Wer soll ihm gehen? Sie hat den Zug ready gemacht. Ich fühle, dass irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Poppy ist das Problem. Poppy ist das Problem, Freunde. Ich sag's euch von Anfang an. Ich hab von ersten Dings, seit der ersten Theorie gesagt, Poppy hat Steck am Drecken. Es ist Poppy. Mein Gefühl sagt mal Poppy. Sie ist nicht die nette Poppy, die wir... Wirklich. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Poppy ist der Endboss von dem ganzen Ding. Das sag ich euch. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Aber wir sollen auf jeden Fall jetzt mal weg. So. Okay. Ah. Eins. Vier. Drei. Zwei. Nicht? Eins. Vier. Drei. Eins. Vier. Zwei. Drei. Ah! Fährt er jetzt? Oh Gott. Was geht los? Nichts wie raus hier. Es stimmt... Nein, es geht weiter, Freunde. Egal, was das Spiel jetzt sagt, wenn's zu Ende geht, egal was ist, dieses Spiel wird weitergehen. Es wird fortgeführt. Poppy ist... Da wird noch was mit Poppy passieren. Glaub's nicht. Also so oder so. Poppy ist auf jeden Fall... Wirklich. Die war mir seit Sekunde eins. Nicht ganz geheuer. Die hat man nicht umsonst herum eingesperrt. M-m. Nicht die Poppy. Wäre das... Johnson okay, aber nicht Poppy. Geht nach oben. Sie lässt mich nicht gehen. Sie lässt mich nicht gehen. Das wäre der Ausgang. Ich hab noch niemanden getroffen wie dich. Noch niemanden kennen wie dich. Weißt du, wie lange ich da gefangen war, in diesem Gefäß? Viel zu lang. Sie hat so lange Zeit nachzudenken. Über alles. Und genau Zeit darüber nachzudenken, was ich mach, wenn ich frei bin. Wie viele schlimme Dinge sind passiert. Ja, und sie kann mit mir machen, was sie will. Sie weiß, wenn sie irgendwas will, ich mach das für sie. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Freunde, ich wusste es. Ich wusste, wir kommen nicht raus. Was passiert jetzt? Vor allem dieses Viech, was Maumilex sich gekrallt hat. Da muss ich auch noch wissen, was da abgeht. Oh mein Gott. Notbremse. Kann ich nicht benutzen. Ich kann nicht bremsen. Ich kann nicht. Stopp. Ich versuch's. Stopp. Ich kann nicht. Ich versuch's. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. What? Was passiert? Was ist passiert? Bin ich gestorben? Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nur, dass es weitergeht. Und dass wir wieder wahrscheinlich ein Jahr warten müssen. Aber ich sage euch, das Spiel hat gerade erst angefangen. Es hat gerade erst angefangen. Wir kommen da nicht so einfach raus. Die ganze Scheiße fängt erst jetzt an. Mit Poppy, dem Endboss. Jetzt ist es offiziell, Poppy ist böse. Freunde, ich mach's kurz. Ich will nicht so viel reden. Es war auf jeden Fall besser als eins. Ich fand Hagiwagi auf jeden Fall besser als Maumilex. Muss ich schon zugeben. Aber trotzdem an sich, das ganze Spiel ist einfach nur intens. Leute, ich bin durch. Wirklich, ich bin total fertig. Ich hab's am Stück gerade gespielt. Ich glaub, ich mach noch auf meinem Hauptgang ein Video dazu. Wirklich. Weil ich find wirklich das ganze Thema rund um Poppy Playtime einfach nur zu nice. Scheiße, Leute. Ich muss auf mich einwirken lassen, die ganze Scheiße erst mal. Und ich geh essen. Ich hab Hunger. Alter. Zu nice. Zu nice. Freunde, schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare, wie ihr es gefühlt habt. Ich hab's übelst gefühlt. Übelst. Richtig nice. Vor allem dieses Viech, was sich dann Maumilex gekrallt hat. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ja, Freunde. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich bin tot. Oh, kurz den Soundtrack nochmal gönnen. Zu nice, Mann. Ich bin ein Poppy Playtime Fan. Wirklich. Gut, Freunde. Ich bin weg. Bevor ich noch sentimental werde. Wie gesagt, ich mach vielleicht noch echt ein Video auf meinem Hauptkanal. So richtig mit Stample, mit allem drum und dran. Theorien, dies, das. Aber ich bin weg für heute. Ich freu mich jetzt schon auf Kapitel 3. Es wird dauern. Es wird locker dauert. Ein Jahr. Bis dahin kommt... Ach, keine Ahnung. Ich kann nichts mehr sagen, Freunde. Ich bin weg. Passt auf euch auf. Bis morgen. Wir sehen uns morgen wieder auf dem Kanal. Und wie gesagt, ich melde mich wahrscheinlich zu dem Spiel nochmal auf meinem Hauptkanal. Das war's für heute, Freunde. Passt auf euch auf. Schlaft gut. Gute Nacht. Ciao. 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 Ciao.